Moin Leute, herzlich willkommen zum sechsten Spieltag der dritten Liga Saison 20 22 23 Predictions Sechster Spieltag, los geht's, alle Spiele live beim Agenda Sport Heute, 19 Uhr Hallerschar FC gewinnt 3 zu 1 gegen SV Meppen, dann morgen um 14 Uhr Spielvereinigung Bayreuth unterlegt Rot-Weiß Essen 1 zu 2 SV Elversberg unterlegt SV Waldorf-Mannheim 2 zu 4 SC Verl spielt gegen FSV Zwickau 1 zu 1 Dann FC Viktoria Köln und TSV 1860 München trennen sich torlos 0 zu 0 VfB Osnabrück gewinnt gegen 1. FC Elabrücken 2 zu 1 SC Ingolstadt in SV Wald in Wiesbrand 3 zu 0 für Ingolstadt Dann Dann übermorgen um 13 Uhr Borussia Dortmund und 2 gegen SC Freiburg 1 zu 3 für Freiburg 1 zu 3 für Freiburg 2 zu 1 Dann übermorgen um 14 Uhr Dann um 14 Uhr Erzgebürger Auer gegen Dynamo Dresden 2 zu 2 und Montag um 19 Uhr MSV Duisburg unterlegt VfB Ollenburg 3 zu 5 So das war's vom 6. Spieltag der 3. Liga Saison 20, 22, 21, so das den Eck der Lassner wurde a good kick, ciao! Dann 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 Dann